Hier, hinter uns! Einer genug? Okay, Freunde, schreibt's in die Kommentare, welcher YouTuber bin ich. Pimmel... Okay, jetzt müssen wir aber mal beim selben Dings landen, ne? Jaja. Okay, lass mal zusammenbleiben. Wohin gehen wir? Ich könnte links in diesen Taco laden, oder was ist das? Nicht Taco laden. Da ist nie was drin. Hier, ganz links? Jaja, ich bin direkt bei dir. Da ist schon einer. Einer ist unten, ja. Ich hab gar nix, die haben wieder alles. Hier ist noch wer. PIXA, was soll denn das? Greif mich einfach an, ey. Hier ist irgendwer. Was bin ich? Oh, hier ist ja jemand. Ja, hier ist doch wer, man. Hier sind noch viele mehr. Da sind sau viele noch drin. Oh, die bomben hier alles auf. Hier ist noch ne Truhe. Wo sind die? Drüben. Ah, hier ist, die Truhe ist hier. Ja, wird hier. Ja, lass noch looten. Ah, ich hab keine Matz. Okay, ich hol die Truhe. Das brauche ich nicht. War da irgendwas drin? Ja, ne. Nice. Bist du das hier? Geh das weiter? Ja, du bist das. Das hier, Fischer? Bist du das? Okay. Fresse. Nice. Gib her. Ja, hier. Ja, hier. Nein, dann nimm die Scheiße jetzt los. Ich hab noch, äh, Dingens, ne? Was? Ne, SMG hier. Was weiter? Die Falten da, lass mal hin. Oder auf. Hier gucken. Sie ausspäen. Die fliegen ja gar nicht so weit. Einen Head. Einer tot. Mit Grenadies. Nice, nice, nice. Einer ist da drin. Oben drauf ist der. Der steht geoffen. Der ist unten. Der rennt rein ins Haus. Ah, der ist da noch. Komm. Hier ist ne Truhe. Ich hol die schnell. Lass zusammen bleiben. Warte. Komm. Komm schnell. Scharpin. Nice. Schnell looten und dann aber wieder verdecken. Hier sind, hier sind Minis. Wie viel hat der? Einen nur. Ah ne, hier träg du. Hier, hier träg du. Hier. Ich nehm die grüne Tag. Und hier ne grüne ARF, wenn du brauchst. Hä? Nur zubauen. Hier sind safe noch welche. Hier liegen noch lila an der Saft. Was das? Oh, noch mehr Minis. Noch einen, dann trink ich ja auch noch einen. Obwohl, ne. Hier, trink du auch den. Hier. Gar keine Mats. Ich auch gar nicht. Was weiter? Die Granaten sind schon nice. Man unterschätzt hier auf jeden Fall. Okay. Achso, äh, bei Fischer war noch... Ich hab mir das noch? Ja, ich hab mir. Äh, bei Fischer war noch eine Kiste. Ich hol die Maschine. Wow. Zusammen bleiben immer. Die hab ich schon, ne? Achso, die, die hier lag? Ja, ja, die hab ich schon. Warte. Ne, die hier hast du noch nicht. Die ist hier oben. Oh, nice. Schildrank. Achso, warte, ne. Die Kiste könnte noch was drin sein. Denn... Aber heute ist nix dran. Lass's los. Ja. So vorne, soweit es so geht. Hier, lass mal weiter. Hier ist ne grüne Eier, wenn du willst. Ich hab ne blaue. Okay. Vorn beim Camp ist was ledernes. Was ist das? Seh ich grad nicht. Äh... Jump... Ne. Das ist meins. SMG. Kannst du sagen. Ne. Loot drop wurde getaggt. Wollen wir... in den Krater? Sind wir ultra low ground, ne? Da vorne ist Loot drop. Genau vor unserer Nase. Am anderen Ende. Ja. Ach komm, lass einfach rein. Wieso sind hier Bäume? Hä? Ist auch nett. Lass zusammenbleiben. Ja. Nicht, dass da wer drauf zieht grad wieder und wir die Idioten sich hier reinrennen, ne? Da ist noch ne Tour vor dir. Ja. Oh, nice. The Bolt. Und Granaten. Wenn du nehmen kannst. Ja, ich hab noch Platz. Ich bin der Gran... Granadier. Zubauen auf jeden. Ja, warte. Rechts schießt jemand. Aber nicht auf uns. Und runter, Alter. Okay, ich hab's. Nice. Granate. Ja, nimm du ruhig. Okay. Wo waren die Penner? Hier bei 321. Hier bei 321. Okay, lass zu den. Hier unten sind die. Wo? Wo? Noch nicht schießen. Ich weiß noch nicht genau, wo die sind. Hier unten rechts. Der eine haut ab mit dem Ding. Ab ihn. Oh, der hatte goldenen Granatwerfer. Und eine goldene Skaneis. Rechts ist ein Einkaufswagen. Lass den nehmen. Scheiß auf den Einkaufswagen. Nein, die sind sauge, Mann. Komm, wir nehmen den. Oh, da liegt der Ultra viel Loot. Ich fahr auf. Na, nehm ich mal direkt mit. Freunde, Picobello für den Einkaufswagen. Wo denn? Wo bist du denn? Ja. Okay, ich komm mal. Warte mal. Hatte der nicht eine blaue Schaddi? Lag da noch mit Loot? Äh, blaue AR. Ich schwör dir, wir sterben. Hinter uns, hinter uns. Hat drei Hits. Drei 34er. Okay, ist genug. Rechts. Der Kollege. Ist tot. Beide? Ne, einer. Da ist der Kollege hinter dem Baum. Hab ihn. Hab ihn. Äh, ich hatte den auch auf den Sohn. Ja, nur wegen diesem geilen Ding haben wir die bekommen. Okay, ich nehme mal die Goldene. Hast du Raketen vielleicht ein paar? Pures Gold, Alter. Äh, ja, hier. Liegt hier. Okay. Äh, Minis. Kannst du mitnehmen? Ähm, ne, nicht so. Ja, komm, ich nehme die mit. Ja, doch, sind auch richtig. Ich bräuchte ein Medikit, ey. Da lagen Verbände, ne? Ja, so viel habe ich auch schon. Äpfel wären auch nice. Komm, dann geht's weiter. Lass mal gucken. Wo bist du? Wo bist du? Jemand hat wieder gespendet. Oh Mann, ich muss das mal einstellen, dass ich das hier sehen kann. Wo bist du? Ja, okay, komm. Bergauf ist der Sau lahm. Hier kommt die rollende Supereinheit. Oh, hinter uns schneiden welche. Oh, ho, 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 ho. Ja, nur weil wir so schnell waren, konnte er nicht treffen. Hä, bitte? Wo genau? Wo sind die? Na komm, wo bist du? Safe hinter irgendeinem Baum. Die müssen da gleich raus. Ja, müssen die auch. Lass warten dann mit Einkaufswagen weiter. Halt du mal rechts im Auge. Guck mal nach links. Ich glaube, die sind da von Dusty da irgendwo. Ne, der Schuss kam ungefähr von hier. Der muss da jetzt aber weg. Der muss da jetzt aber weg. Der muss da gleich raus. Der ist safe hinter irgendeinem Baum. Ja, lass den erst ausschalten, sonst fällt der uns im Rücken. Ja, ist auch so. Na komm, wo bist du? Ja, der muss gleich kommen. Da ist er. Er ist im Busch. Wollen wir mal rüber? Ist der alleine? Ja, lass rüber. Ich lapp nach. Wo ist der Zone? Na komm, wo bist du denn? Zone kommt. Ja. Lass abhauen. Der kommt eh gleich. Okay. Der muss da gleich raus. Okay, lass den. Ah, der hat ein Jump Head benutzt. Da vorne ist er. Oh mein Gott. Schlauer Typ. Hat einen Headshot. Fuck. Ist unten. Ich sehe ihn, der hüpft da noch. Ja. Sehr, sehr schlauer Typ, wirklich. Hinter uns, hinter uns. Okay, ich komme. Okay, der ist tot. Der vor uns. Ich komme. Oh mein Gott. Der. Der hat ein Jump Head. Oh mein Gott. Ich nehme schnell Minis. Hab ihn. Oh mein Gott. Hier, goldene Ska. Nimm, nimm, nimm. Ich brauche was zum heilen, ey. Der Typ unten hat er bestimmt was. Ich bin auf null, ne. Ach, scheiße Mann. Ich nehme Einkaufswagen. Lass deinen Loot holen. Letzte Hoffnung. Ne, scheiße auf Einkaufswagen. Was hast du denn damit? Ui. Da ist wer vor uns. Zwei Stück direkt. Die bauen sich hoch. Lass die runterschießen. Nice. Äh, wo sind die hin? Die haben High Ground, ne? Ja, ich hab zehn Leben. Ich muss ganz kurz gucken. Lass mal schnell rüber. Ich seh nichts. Hilfe, helf, helf, helf. Links ist der. Wo ist der? Nein. Der hat einen Jack, der hat einen Jack. Oh mein Gott, wie viel. Hä? Was macht ihr solche Geräusche? Oh nein, die Jetpack lassen. Nimm alles. Die dumme Jetpack, Alter. Ist das stressig. Vier, drei, zwei, eins. Ey, ist hier irgendwas zum heilen? Ich hatte gerade einen Jack genommen. Blaue Track, den mag ich lieber. Lass mal hier schnell hoch. Da sind welche. Links, links, links. Ja, ich seh ihn. Ich krieg ein Raster, Alter. Oh mein Gott, ich muss nachladen. Lass lieber in die City. Ich muss durch die City. Okay, er ist genockt. Hab ihn. Müssen weiter, müssen weiter. Einfach weiter. Ich bin tot, gleich. Fuck. Ja, ich schaff's nicht. Der hat safe Heal, oder? Fuck, hat nichts, hat nichts. Hat Jetpack aber. Nimm das. Dann bist du schneller. Hinter uns, hinter uns. Hier schießen welche auf uns. Ich kämpf schon, ich kämpf schon. Ich spring runter. Hier zum See. Ist nicht hinter uns. Ist nicht hinter uns. Komm zum See. Ich schaff's. Lass einfach weiter, komm. Ich muss gegen die kämpfen. Nee, komm einfach. Nein, die kommen gerade zu dir. Ich muss die davon abhalten. Egal. Egal, egal. Ich komm auch hoch. Ich bin oben auf dem Berg. Bist du da? Hab ihn. Oh mein Gott. Ich werde von der anderen Seite bestanden. Ja, der fällt gerade runter. Schade. Zehn leben, ne? Ja. Bleib da einfach. Hat er diese andere Loot? Nee, der hat er nicht zum Hallen. Der ist da links, der geht weiter den Berg hoch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich komm zu dir gerade. Ich bin ja richtig an Feier, Alter. Der baut gerade. Raff ihn. Er hat Medikit. Nice. Oh Gott. Pisser, Alter. Was denkst du, der ist? Ey, bei mich. Ich hab alles Gold, Alter. Wo ist der? Oben. Oben, oben. Nice. Oh mein Gott. Wo ist das? Fucking Gott, Mann. Richtig. Nur noch zwei Stück. Zwei Gegner. Wo ist der? Wo ist das? Wo ist das? Wo oben? Warte, ich komm. Da. Ja, da. Achso, okay, nice. Okay. Oh mein Gott. Was geht ab, ey? Hier ist Lila 98 Launcher. Wir sind direkt in der Zone. Ich hab Jumppad übrigens, ne? Ich hab Epic Rock Launcher. Warte, ich weiß nicht genau, wo die Gegner sind. War das seins? Ja. Was war das? Ja, ich hab das genommen, aber nix gedrückt. Warte, ich gucke gerade. Ich muss ein bisschen scouten. Komm, das müssen wir gewinnen, Alter. Es sind noch zwei. Die sind safe in den Minen. Ich mach das hier mal kaputt. Das nervt voll. Lassen wir das mal. Wo sind die letzten zwei? Ah, die sind beim Fluss oder in den Minen. Wir gucken mal in Ruhe hier. Ich hab nicht mal irgendwie Schild. Oh, Kiste. Ja, nice Schild. Ich muss das nehmen. Okay, ich guck so lang. Ja. Da, die sind bei 2,70. Hast du... Die kommen aber noch nicht, ne? Ne, die sind auf dem Boden. Okay, ich komme gleich. Schießt du? Ja, ja. Oh, Freunde. Sorry, dass wir gerade nicht antworten können, aber ist echt spannend. Ich hab alles im Auge hier, Freunde. 2,70. Ja, ja, die sind in die Minen, glaube ich schon. Okay. Also in... Die sind hier unten drin. 2,70. Hä, was? Hier, 2,30. Da sind die irgendwo. 2,30. Okay. Loot Drop. Lass nicht runter. Lass nicht runter. Ja, ich geh nicht runter. Kommt noch alles zu. Loot Drop ist direkt bei uns. Ja, ich glaube, die sind da unten. Zone kommt. Lass Loot Drop noch nehmen. Die sind da unten irgendwo verkochen. Wo ist der denn? Wo ist der Loot Drop? Direkt hier oben. Hier oben. Okay, nimm du. Ich guck mal schnell weiter. Schieß den mal runter. Ey, die nerven voll. Wenn die jetzt gewinnen, ne, dann ist peinlich. Soll ich auch einen Nade Launcher nehmen? Ja, nimm auch. Ist immer gut. Okay. Komm. Aha. Von wo? Wir bombten die tot bei einfach. Ich hab auch einen Epic. Warte, warte. Der hat geschossen gerade. Von wo? Die sind irgendwo da unten drin. Ich glaub. Der wartet hier nur drauf. Der Ton ist aber bei uns. Das ist schon mal gut. Oh man, ich hasse solche Gegner. Ich baue hier mal überall Fallen hin. Ich baue hier mal überall Fallen hin. Na, wo seid ihr? Ja. Das kommt doch. Die müssen, die müssen raus. Ja, stimmt. Die sind aber schon längst raus, glaube ich. Hier, hinter uns. Einer genockt. Ich hab ihn. Sehr nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. GG, Freunde. Das war doch eine nice Runde. Wie viele Kills? 16. Stark. Vier. Ich würde sagen, mit der Runde machen wir auch mal ein kleines Päuschen hier. Das war doch ein gebürtiger Abschluss.